immer so quasi gebunden war und mann immer ganz fangen also quasi als erstes nicht vor speed und das für die tube damals ja ich bin kein PlayStation Zocker also für was ja mal PlayStation oder Nintendo ich da war ich der Nintendo Fanboy und das hat sich bislang noch nicht geändert ich habe immer auch lieber Nintendo hier als eine PlayStation weil ich einfach die Mario Spiele viel mehr mag was und ich weiß sicher ich kann den Baum einfach weg ran das ist okay